Hier sind wir im Robinson Club in Lini. Ich zeige euch jetzt mal hier das tolle Frühstück. Was es hier alles gibt. Heißes Bier. Frische Marmite. Eben die Altstation. Die Altstation. Eben die Altstation. Eben die Altstation. Eben die Altstation. Lass uns ein schönes Omelette machen lassen. Jetzt haben wir unsere Hündekanne dabei, die erste mit Abkarten hier verweist. Es ist riesig groß und das Buffet ist ein Raum.